Jedes ausgewählte Unterelement eines Morph-Elements kann jederzeit gelöscht, also aus der Geometrie des Morph-Elements entfernt werden. Hierzu wählen Sie das Unterelement oder die Unterelemente, die Sie entfernen möchten, aus und drücken Sie die Entfernen-Taste auf Ihrer Tastatur. Die Entfernung kann auch über die Befehle des Menüs oder des Kontextmenüs durchgeführt werden. Wenn Unterelemente eines Morphs gelöscht sind, stellt sich die Geometrie des Morphs mit den verbleibenden Unterelementen automatisch wieder her. Wenn zum Beispiel eine Kante eines Würfels gelöscht wird, werden die zwei angrenzenden Flächen auch gelöscht, denn die Kante war Teil von beiden. Wird eine Kante gelöscht, so wird auch die Fläche, deren begrenzende Kante sie war, ebenfalls gelöscht. Flächen können gelöscht werden, ohne dass dabei andere Kanten oder Flächen betroffen sind. Wird die Fläche eines massiven Körpers gelöscht, indem sie selbst oder eine von ihnen begrenzenden Kanten gelöscht wird, wird das Morph hohl, das heißt, es besteht nur noch aus Oberflächen und ist kein massiver Körper mehr. Allerdings lässt sich dieser Vorgang auch umkehren. Wie dies funktioniert, zeigen wir Ihnen in einem anderen Clip.